Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge, die Solatee. Die Laune ist weiterhin total toll und ich hab was vergessen, das werde ich jetzt nämlich tun, und zwar den Wecker stellen. So! Läuft bei dir. Ja, jetzt läuft er. Wir haben keine Ahnung. Elia? Ja? Mit Ah! Wo lang? Entweder gehen wir zur Oase, oder wir gehen jetzt zur nächsten Mission. Was eigentlich gleich um die Ecke ist. Ja, dann lass uns doch zur nächsten Mission. Gut, den Spion spielen, das können wir absolut nicht. Was? Wir bekommen sowas doch nicht hin, oder? Spion spielen. Und Finger weg von der Kugel, Kali. Was? Ja? Finger weg. Hundi! Ah, kriegt ein paar aus. Und so. Mit der Titan. Hinter? Der Leuchtener! Ah! Hä? Hast du geschlagen? Yeah! Ich hab nichts gesehen. Wurde gerade mir nicht angezeigt. Ah! Ja? Ja? Schnellen Fußes? Genau. Ab zur nächsten Mission. Naja, ich glaub, das wird ein bisschen... Ich glaub... Ich hab das Gefühl, irgendwie haben die da alle Schusswaffen und sind gepanzert und zum Zeugs. Ja. Ja, das glaub ich auch. Es wird A, Kylia! Oh! Nee! Mit A! A! Ja! Meine Stimme! Ich seh nix mehr. Ich dachte, das wird A. Guck mal! Du rennst an Tomaten vorbei, Kindchen! Nach oben! Warum nach oben? Weiß ich auch nicht! Ich guck nach oben! Achso! Ah! Ja! Nicht Hans guckt in die Luft, sondern Kalypso guckt in die Luft. Guck mal, hier ist... Hier ist Feuer. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas schönes. Es ist vernagelt. Toilettentür ist auf. Ich höre Musik. Kali? Nö, nö. Ist keine Musik. Oh! Ja? Alter, wer bist du denn? Ach, jetzt hab ich auch Musik. Du siehst ja gruselig aus. Was verkaufst denn du? Toaster! Brauchen wir einen Toaster? Alter, krass! Ich glaub, der ist fast an meinem Pen hier. Ja, glaub ich auch, ne? Verkaufen! Ach, nee! Kaufen, Mann! Kaufen, kaufen, kaufen! Orientalisches Essen! Oha! Mhm. Verkaufen! Kann ich dir denn... Hier, kaufst du auch das? Nimm den Wodka! Äh, was ist das Wichtig? Äh! Ich bin echt rammelvoll! Geil! Wie ich das finde... Naja, was ist eigentlich mit... Unseren Fähig... Oh! Einen Fähigkeitspunkt haben wir! Echt? Überleben? Überleben? Rang 5! Ach! Überleben Rang... Ach! Überleben Rang... Wasser ist eigentlich schwerer... Wir machen Wasser! So! Jetzt kann ich die nächste Stufe erlernen! Sie halten eine zusätzliche Zutat beim Sammeln von Wilden, Gemüse und Pflanzen! Zusätzliche Flaschen Wasser beim Sammeln aus Waschbecken! Okay! Ich kann jetzt das, äh... Stufe 2 Schlösser kann ich demnächst erlernen! Ach ja, stimmt ja! Da war ja was! Ja! Was wollten wir ja machen! So! Oh Gott! Du hängst ja auch ja einen schönen Arbeiten! Der sieht aus, als ob er nur noch weiße Augen hat! Das sieht gruselig aus, der junge Mann! Weißt du, was er genommen hat? Ähm... Gute Frage! Wir müssen zum Turm, kann das sein? Kali? Ach, da bist du! Weiß ich nicht, aber hier ist Kraut! Da ist ein Mensch! Elia! Ja! Ja! Wer da? Da ist ein... Männekicken! Oh! Ach, den haben wir um! Haben wir schon wieder getreten, dieses Song? Ja, das sah so irgendwie... Ja, ne? Das sah ein bisschen komisch aus. ...unsportlich aus. Mhm. Müssen wir hier durch? Wir müssen nach oben, glaub ich, oder? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Warum nicht? Elia? Ich kann ja nicht immer alles wissen. Irgendwann ist meine Speicherkapazität im Gehirn auch... ...voll. Echt? Jaaa... Ich muss mal einige Sachen wieder löschen. Hahaha. So. Dann fang mal an! Okay. Deinstallieren und wieder neu... Iiiiih! Ah, ich bin ins nächste gelaufen! Haha, ich nicht. Wolltest du grad und so? Nein. Wolltest du? Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Elia? Ja? Elia? Oh! Was ist das? Oh! Ich nehm auch! Jetzt wird's! Ich will das mitzunehmen! Nein! Ich wollte grad aufstellen. Achso. Kann mal was rein klatschen. Müssen wir? Ja? Oh, das Ding ist leer! Elia! 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 Also hier jetzt, meinte ich. Also rechts? Ja. Ja! Ich hab das gerade gelöscht, was links und was rechts ist. Sorry. Achso! Achso. Warum hab ich keine Waffe in der Hand? Echt, ey? Wo ist meine? Titan, ey! Da war sie grad. Hunde. Hoch oder runter? Sieht nach unten aus, glaub ich. Ah, ich wollte grad sagen, was ist das da hinten? Wir haben hier Kreatur, aber... Nein! Keine neue Kreatur. Elia! Ja? Elia! Ja? Hör auf damit! Hör auf! Lass du auf! Ich weiß nicht, wovon du redest. Ey, ich hatte doch die Titan in der Hand! Ja, sag ich doch. Meins ist auch weg. So, jetzt hab ich die Titan in der Hand. Ti-ta. Da ist ein Kraut. Ich sammel jetzt Kraut. Ja! Ja? Trink was. Ich dachte, das solltest du wissen. Achso. Hm. Da ist ein Männer kicken. Ja! Ja? Macht mir grad fett Spaß, so. Helia! Oh Gott. Die Folge heißt dann Helia, oder wie? Jo. Nein. Ähm. Ja, aus dem Maul. Hm. 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 Und, was gefunden? Ja, und, 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 ja. Sack. Hm. Dicken. Guter bist du? Ja. Hi. Schnauze! Richtig so. Richtig so. Weil diese Ankündigung, wir hätten unten lang gehen müssen, oder? Aha. Hier! Stein! Wir sind keine Spione! Nein! Ach, verdammt! Hä? Und die kommen jetzt hier runter? Wieso hat er meine Waffe gewechselt? Achso, jetzt weiß ich. Aufrad! Ähm. Wieder zurücklaufen. Hm. Hält ja sein Köln. Hält ja sein Köln. Hier nach hinten laufen. Oh, hier, guck mal. Vielleicht kommt man ja hier runter. Helia! Ja! Komm! Helia! Jaaaa! Was? Ja. Alles klar. Helia! Ja? Ach, tschuldige. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ist jetzt voll drin. Ist jetzt voll drin. Automatismus, ne? Mhm. Ich wollte das Ding umnieten. Ich bekämpfe ich den Wind! Ähm, Hundi, voraus. Ja, kriegt ein paar aus. Du beißt schon. Dann brüllen die so? Arsch. Da pumpt was. Da pumpt was. Wir müssen in die Richtung. Mhm. So, Licht aus, damit sie uns nicht gleich sehen. Labbert's irgendwo. Ja. Es pennt. Ich höre das Schlappern auch. Ja. Hängt am Baum. Nicht mehr. Eins? Zwei. Da auch noch einer. Ja, dann komm. Komm, komm. Der erste. Der Schnurz. Können wir immer mitnehmen. Dann heißt es hier rein, ne? Und wir sollten kriechen. Wie soll man denn da rein, wenn einer da steht? Kriechen. Wir müssen... Gebückt. Alter, was brüllt denn hier? Gleich nach einer Schiene entlang. Wo auch einer steht. Aber hier am Dings nicht, ne? Filia? Ja? Wollen wir lieber dahin, wo es brüllt? Vielleicht ist es auch dein Arbeitsspeicher. Ja. Wat? Ja, komm jetzt mal. Wann, 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 wann bleib ich denn immer hängen? Lauf, 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 lauf. Da kommt einer, gerade wichst du auf mich zu. Ich lauf ja schon! Ilia! Ja! Oh, oh! Oh. Oh! 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 Alter Falter! Also rein hier, würd ich nur meinen. Weißt du normal laufen? Ich weiß es nicht. Was meinst du? Wollen wir weiterhin schleichen? Ich weiß ja nicht ob hier noch irgendjemand tockt. kein zug nicht in bewegung setzen du fahren wir den zug fahren der folge da sind welche wo sind welche meine titan der knüppel ist zu groß aber wir müssen trotzdem geradeaus naja ich glaube jetzt nichts müssen also hier nach oben man hier natürlich ihr kommt nicht rauf kann ich schon darin ja 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 pass auf dich hat sie einfach los wer weiß was war hier naja lieber den hinterher rennen und nein ich höre musik warte mal die ruf ist in das grüßen ja was der kohle alles können aber hier ja mit der hoffnung dass sie nichts kommt da hinten ist einer wie bist du denn jetzt schon wieder hier hoch gekommen wo müssen wir von hinten angreifen oder wir warten bis er sich weg dreht würde ich sagen von hinten wurde ja 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 bin bei dir befreit falsche person reicht ja jetzt hast du geguckt was er hat da läuft noch einer also sich zwei oder ach nee das ist lustig immer zu dem der läuft oder mal nach rechts folgte einfach mal und gibt die rückendeckung zweiten die also wir müssen aufpassen dass der kerr uns nicht sieht Nicht, dass er jetzt irgendwann dann ruft. Meinst du, der brüllt dann? Nein, aber da kommt jemand auf uns zu. Jo, komm! Alter, nein! Oh! Oh, 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 oh. Radioaktiv? Äh, weiß nicht. Ich bin da extrem heiß. Radioaktiv also. Vielleicht. Kann sein. Was essen? Warte kurz. Mach. Ich guck mal auch kurz, ich will ein einfaches Frühstück bitte. Und bisschen Wasser und Umgebung begutachten. Was war das? Ich weiß nicht. Die Geräusche gehört? Ja, ja. Autsch. Sag bloß, wir müssen da rein. Hey. Dass wir da rein müssen. Aber sah so aus, oder? Ist einfach reingerannt, der Noob. Und hat Schaden gekriegt. Ach du meine. Ne, danke. Ich glaub, wir müssen in die rote Kugel. Hier? Ja. Gut weh. Bevor wir da ankommen, sind wir geröstet. Ich glaube nicht, dass wir da hin müssen. Na doch, guck doch mal, wo sich der gelbe Kreis immer befindet. Immer in der Mitte. Also, wo meinst du hier hin, ja? Ja, soll ich ran? Komm. Okay. Dann nicht. Ich wollte gerade weit davor. Oh Gott, nee. Zurück, zurück, zurück. Ja, 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 ja. Bitte? Alter, ich bin fast tot, weil du mir den Weg versperrt hast. Sorry, ey. Aber wir müssen dahin. Vielleicht nach oben oder nach unten oder vielleicht runter. Soll ich mal auch nach unten? Glaubst du? Tief? Gar nicht so tief aus, oder? Oh, Ruckel? Es ruckelt bei mir gerade derbe. Ähm, 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 wir halten hier gerade fett die Luft an. Schnell durch, schnell durch. Äh, weiter schnell durch, irgendwie. Warte, wir müssen kurz, renn doch mal. Jetzt hier. Oh, ich muss mich jetzt gerade heilen. Erst mal Luft wieder bekommen. Das nächste Mal sollten wir, wenn wir luftfreie Zonen haben, auch kurz anhalten. Ja, ich wusste jetzt nicht, dass da, dass da irgendwie freie Zone war. Ja, war ganz kurz. Ja. Ich bin nur zur Hälfte gesund hier. Aber er lädt sich wieder auf, irgendwie. Gesundheit? Ja. Hast du nicht gerade was genommen? Nein, ich habe zu essen genommen. Ich glaube, das war irgendwie... Es wird kalt. Was ist das? Mineralien! Sind wir raus? Ähm. Fern an uns, ne? Ja. War da wieder... Hin! Wo sind wir hier? Hm? Wo sind wir hier? Ne Ahnung. Weiß es nicht. Im Eisgebiet? Falls wir hier... Irgendwie mal rauskommen. Hier geht's ja schon wieder rein. Vielleicht sind wir ja doch richtig. Aber so weit? Nee. Ich renne mal. Das dauert zu lange. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Willst du ein Lagerfeuer haben? Ja, da können wir ein bisschen was brutzeln. Eigentlich links von uns, aber okay. Wie geradeaus? Ist doch auch irgendwas. Das ist die Sonne, glaube ich. Oder? Nein, das ist Feuer. Okay. Ein bisschen ausgeruht dahin. Nicht, dass da irgendwelche Leute sind. Mit der Kraft voll zuschlagen können. Wir sind sicher an den Dokumenten vorbeigelaufen. Frio? Wo Frio? Was für ein Frio? Ich kann ein Frio machen. Gehärteter Stahl? Ja, kann ich auch. Oh, ein Frio kann ich auch. Okay. Okay. Na. Medikamente sollte ich mal machen. Das war's? Gebratenes Fleisch machen wir auch nochmal. Ist es wieder am Rad gedreht? Und ein Freutertee. So. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir kommen da nach oben. Ich würde sagen, wir machen Aufnahmepäuschen hier. Ja, ich wollte es nur sagen, dass wir von da, da ist irgendwas ganz großes. Oh. Echt? Scheiße. Es ist ein Bär. Oh. 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 Scheiße. Wir müssen da lang? Ja. Ich glaube, so kommen wir auch nach oben. Oh. Scheiße. Ein Bär! Ja. Das allererste Mal. Ja. Ja. Das wird lustig. Also in der nächsten Folge versuchen wir irgendwie an den Bären vorbeizukommen. Ja. Mal gucken. Hier. Komm, du hast dein Fackelding da. Du kannst ihn ordentlich in Brand stecken. Nahkampf beim Bär. Ich glaube, da werde ich definitiv den kürzeren ziehen. Ach, wir sind zu zweit. Das wird schon. Ja, ihr Lieben. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.